Ja, Damen und Herren, herzlich willkommen im wilden Westen. Nein, natürlich sind wir hier wieder bei GameCentrumTV und ja... Entschuldigung. Heute mal mit der Demo von Cut of Tours oder Tours oder auch immer, ganz lange. Und das erste, was ich mache, ist erstmal den Ton leiser machen. Schnauze. Alles schon leiser drehen, damit ich mich schön verstehe. Und den Titel habe ich an, also kann man alles schön lesen. So, dann werden wir mal gucken, was haben wir denn hier so schickes. Machen wir direkt mal Testversion spielen. Story. Normal. Ich hoffe, es ruckelt nicht, was bei meinem PC nicht so zu erwarten ist, weil der ruckelt. Sowieso immer. Oh, easy boy. Ich weiß nicht, Herr. Ich glaube nicht so. Ich habe nicht hier in vielen Jahren gelehrt. Named Silas Greaves. Silas Greaves? Der Bounty Hunter? Er war es. Das war es. Oh, was machst du hier in Abilene? Ich habe nur ein paar Businesses zu machen. Na, Herr. Es wäre ein Hör, wenn du mir geholfenest, einen Bier zu kaufen. Herr, es wäre mein Hör zu trinken. Ich bin Molly. Wie? Ich bin Dwight. Das ist Jack. Und Steve. Ben ist hinter dem Bar. Ich hoffe, dass du einige gute Geschichten hast. Ein paar. Ein paar. Ja. Ja, ich bin gut. Ein paar. Was ist dein Schuss mit Henry Plummer? In Bannock, Montana? Ist das wo du als Bounty Hunter begonnen hast? Das ist das, was es in diesem hier Dime Novel. Ich glaube nicht, was du in dem Dime Novel lesst. Der erste Mann, ich schritte war, als ich mit Billy the Kid bin. Du kennst ihn, Billy the Kid? Damn right. Das scrawny sonn of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. Ich hörte, dass er die 10 Stars auf alle krokodische Lawmen, die ihn verletzt hat. Es war eine Krieg, Junge. Die Lincoln County War. Und Billy promised his Regulatoren würde die Leben von jeder Basterde, die Busch-Wack-John Tunstall. Der Kid hatte eine große Kippe auf seinem Schulter und eine Haare Trigger-Temper. Das macht ihn gefährlich als hell. Der Kid hatte eine große Kippe auf dem Video. Okay, nach diesem wunderbaren Intro wissen wir sofort, um was es geht. Nein, wissen wir natürlich nicht. Ich bin selber ein bisschen überfragt, was es hier geht. Ich hab das Intro noch nie geguckt. Und, ja... Äh... Ja, ich bin gerade selber noch ein bisschen... von diesem wunderbaren Intro angetan. Ja, dieses Spiel hat natürlich diese commercial Borderlands 2 Grafik, diese... 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 diese Comic-Cartoon-Grafik. Finde ich eigentlich so noch nicht schick. Finde ich eigentlich so noch? Warte mal gucken, ob es jetzt hier langsam fertig wird, oder? Das lädt und lädt. Die Musik passt ja. So, jetzt mach mal hin... So, gut. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Stinkyspring? 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 Ich bin zurück in die Hütte, wenn plötzlich... ich hatte dieses lustige Gefühl. Lustige? Haha? Nein, Steve. Das andere Art von lustig. Krackrafe. Krackrafe. Okay, wollen wir mal weitergehen. Wir müssen die Missionen erledigen. Drücke O, um das aktuelle Missionsziel anzusehen. Kehre zum Versteck zurück. Hat da gerade eine kleine Sterne vorgenommen? Krackrafe. Du hast gehört, Pat. Du musst hier bleiben, um dich auf der Straße zu halten. Das ist nicht fair. Wir missen all die Spaß. Ich wusste, dass die zwei Mörder nicht mehr durchgebracht haben. Ich hatte keine Wahl. So, ein Stück näher ran. Bahn. Was? Was? Was ist das, was? Ey, komm schon! Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Das hab' ja auch nochmal... Erfahrung von Dienste durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelausstieg zu der Sicherfähigkeit und sowohl die Entrücke der Antwort zu fahren. Okay. Beseitige die Feinde rund um das Farbenhaus. Das Erledigen von Feinden lädt deine Konzentrationsanzeige auf. Okay. Gut. Headshot. Headshot. Fucking nicht Headshot. Stirb. Ich hasse sowas. So, schnell in Deckung gehen hier. Erstmal mal ein Konzentrationsanzeiger aufladen lassen. Zack. Oh, ich glaube, er kackig ab. Richtig. Sehr geil. Bam, clean, ab. Richtig. Ich hatte einen Schuss. Ich bin so froh. Wow. Wow. Wo kam der denn her? Jetzt die andere Seite. Krieg ich. Komm, komm vor und schnell, bevor ich verrecke. Boah, nicht einmal getroffen. Das gibt's noch nicht. Oh, ich bin so schlecht. Oh, ich bin so schlecht. Boah, nee. Jetzt reicht's mir. Ich renne jetzt davor. Ey, boah, ich bin so schlecht in der Tür. Ich bin so schlecht. Der muss jetzt sind. Wenn ich jetzt nicht, ich den jetzt nicht getroffen hätte, dann wär ich ja absolute Loser. Ja du bist tot Sind noch irgendwelche Hallo Geh mal hinten rum Geh mal hinten rum Du bist tot Ich setze dich runter Was ist denn? Alter was du da machst oder? Du bist fertig Ich glaube das ist ein Bug So jetzt sind alle weg Oder? Ich wusste, dass gehen durch die dritte Tür bedeutet, meine Beine in eine Schussgallerie So habe ich entschieden, zu schlafen Prozent und okay okay neuer Land um das Fähigkeiten hier zu öffnen du kannst hier ein Fähigkeitspunkt ausgeben mit einer der drei Fähigkeitskategorien und er wird die Fähigkeit ganz liegen das kommt jetzt okay ja möchte ich Revolver halt und was sind da noch welche noch mehr Spacken das stimmt ja bescheuert holl der erste Hi! Hi! Was machst du? Ich bin hier! Oh Gott. Kann ich eigentlich so etwas fasschießen? Kann ich das gut hin? Loll! Das geht! Wie geil ist das denn? Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich habe eine schlechte Idee. Es wäre ein Türkei-Shoot für mich. Weich der Kugel aus, indem du mit A nach links oder mit D nach rechts ausweichst. Die Kugel kommt ja von rechts, also nehmen wir mal A. Bam. Das Blut spritzt da, ey. Bam, okay, haben wir noch welche? Irgendwo? Das Blut spritzt da. Bam. Oh, ich glaube, es muss raus. Ich bin nicht ein Profi. Kann man da so ziemlich sein, ey? Wow. Ganz ruhig, kein Problem, ja. Headshot. Boah, das gibt's noch nicht. Bam, Headshot. Headshot. Dann, ich hörte ein freundlicher Geist, die von mir aus dem Fenster. Zurück die Tür! Wir müssen dich aufhören! Wir müssen dich aufhören! Alter, was zur Hölle, ich bin hier. Ich sterbe gleich, ich sterbe gleich, ich sterbe gleich. Ich muss hier weg. Ich will nicht schon wieder sterben. Ach, du bist das so, Fohre. Geh ich hinein und triff Billy the Kids. Oh, ich bin schon bekannt, Billy the Kids fest zu sehen. Ich hab bestimmt überraschend, wenn ich hier rauszuzähne. Okay, wir haben uns mit dir und Charlie. Okay, wir haben uns mit dir und Charlie. Okay, wir haben uns mit dir und Charlie. Klasse Scheiße. Geil. 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 jetzt bist du tot du bist tot im Flug er war schlecht na komm haben wir noch ein paar Headshot boah, es ist easy peasy immer noch weiter ah, bam, tot, bam oh man bam, bam bam, ha, nachgeladen boah, scheiße mein gott, stirb ich hab keine Ahnung ach so ach ja, es ist nicht wunderschön bam, bam bam, nein, bleib doch mal stehen bam, bam, nein nicht im Flug, im Flug, im Flug, im Flug, im Flug ah ah, man ah, nee, fuck bam, Kreuzfeuer hol die Pferde aus dem Stall ach, nützchen gelangt wo ist der Stern oh man, wie ich sowas hasse aber ich hatte den falschen Invincibilität, die viele junge Leute haben wie Jack hier was sagst du, alte Mann Jack, er ist einfach Joshua ja, er besser ist Mr. Grease, bitte 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 call mich Silas immer jetzt wo war er hallo wer ist das denn bist du Freund oder Feind ha 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 du bist so süß ey oh fuck nein 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 die müssen bringen jetzt noch zu Ende boah nicht mal ein das gibt es doch gar nicht okay der Stern ist weg toll ich habe Reflexe hier ist doch ein Stern ich komme ich komme ich habe schon überhaupt die Leiter das war geil das gibt es doch gar nicht wie kann man denn so schlecht ich muss mich in Deckung gehen ich sterbe hier äh 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 Oh, fuck. Nein, hau. Jetzt halt. Oh, komm, du riechst dich auf. Okay, das war episch. Endlich hatte ich die Stabler in meinem Platz. Da sind Pferde drin. Oder wie? Ja. Ey, da war doch jemand. Und da war ich mich, Sheriff Pat Garrett. Ich habe read, dass du mit ihm gehst, Herr. Das schweigende Scheiße mit dem Takt-on-Tin-Star. Okay, krasse Sache. Wahrscheinlich jetzt nicht im Deathmatch. Äh, einfach nur Deathmatch. Gut aussehen, sollte ich mich verarschen. Ja, ich habe keinen Deathmatch. Ich kann keinen Deathmatch. Ach, Mann, das kann ich bei Red Deademption auch mal nie. Fokus. Du sollst gut aussehen sein. Ich kotze gleich. Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke, um die Waffe zu ziehen, ziehe mit und schieße dann mit. Okay. Boah, war das schlecht. Und, dass du ihn, in einem fairen Kampf hast. Ha, ist das, was der Penny Dreadful sagte? Nein, Mann. Das ist nicht, was ich meinte, als ich sagte, dass ich Pat Garrett mitgekommen habe. Oh, krass. Das ist das Krass dann ganz lange. Da wird immer die Geschichte immer wieder anders erzählt. Boah, okay. Danke fürs Spielen. Call of Jura ist ganz länger. Besorge dir das komplette Abenteuer von Scylla's Gravis oder auch immer. Das ist jetzt die Stelle, wo ihr gefragt seid. Ich würde von euch gerne wissen, soll ich mir dieses Spiel beschaffen und das Spiel von Anfang bis zum Ende durchspielen? Oder soll es bei der Demo geblieben sein? Ja, ich denke mal, Call of Jura ist ganz länger. Das wäre mal eine tolle Abwechslung. Also, gebt mir einfach eure Meinung. Und, ja, ich freue mich schon darauf, dass ich es zucken kann. Und, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abendvormittag, was auch immer. Äh, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, euch mit mir zu hören. Und, ciao.